Zwei Kreuze, kommst, du Heiland der Welt, so genau. So, das ist auch nicht gut. Ich will was ohne möglichst vorzweißen. Oh, Heiland, reiß die Himmel auf. Das sind sechs Strophen, da gibt es viel zu singen. Oh, Heiland, reiß die Himmel auf. Ist noch ein Adventsmaß, das kann man machen. Morgen geht das auch noch ab dem ersten Weihnachtstag hin. Nur noch Weihnachtslieder sowieso. Ja, extra zu den Experten, die gerne getan haben, mit deren Weihnachtslieder. Ich habe es bei Amazon bestellt. Zu den Experten gehe ich schon lange nicht mehr dafür. Nur wenn ich auf Besuch bin. Ich habe es bei mir alles geholfen. Ich habe es bei dir gemacht. Irgendwer hat mir mal gesagt, wenn man so Weihnachtsziele im Buch hat und daraus spiegelt, würde man Geld von der Kirche bekommen. Ich halte es für ein absolutes Gericht. So. Das ist geil. So. 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 Untertitelung. BR 2018 O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel auf, reiß ab vom Himmel, Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riege, Riege, Führ. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel auf, reiß ab vom Himmel, Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riege, Führ. O Gott, hol ein Tau vom Himmel, die Himmel gießt, im Tau herab, O Heiland, fließ ab, es geht hier um die Geburt Christi, und ich sing es nochmal gerade vor. O Gott, ein Tau vom Himmel gießt, im Tau herab, O Heiland, fließt, ihr Wolken brecht und regnet aus, den König über Jakobs Haus. So kann man eine Geburt und eine Zeugung auch beschreiben. So. Sehr weltlich. Ist auch schon was älter. Ist wahrscheinlich eins von den besseren Menschen. Steht doch nicht in vielfassender Zeit. Das Problem ist, ich kriege schon Schweißausbrüche, wenn ich mir die linke Hand sehe. Ich weiß auch gar nicht, ob das Ding hier so tief kommt. Du wirst ein tiefes D, das Ding hier bis zum 10. Die Zeit ist eh rum. Mal gucken, ob ich das heute mal mit habe. Mal schauen. Zon. Zon. Bis zum nächsten Mal.